so und da bin ja auch schon wieder mit einem frischen getränk können wir nun wieder zur kontinue gehen und hoffentlich drei rückenpanzer bekommen ja drei stück reifen ja sonst müssen wir dann halt noch einmal jagen hätte ich auch nichts gegen also tendenziell passt das dann schon ganz gut so unternehmer halt immer erst hier gucken einmal ich muss mir das echt angewöhnen dass wir erst einmal da gucken weil das ist sonst was ist eigentlich eventquests ich fühle ihn groß ja gerade ist es nicht hoch genug der admiral wollen wir sowas mal machen so Nein, wir machen das noch nicht. Das gehört nicht dazu. Und ich bin ehrlich, wir haben die Events noch nie gemacht. Wir werden da auch, da werde ich auch dran festhalten, das wird nicht passieren. Deswegen ist es glaube ich schon ganz gut, wenn wir einfach jetzt so weitermachen wie wir bis jetzt angefangen haben und unser Konzept nicht ganz über Bord werfen sofort wieder. So. Ich hoffe, wie gesagt, dass das jetzt reicht, um die Erforschung von ihm zu komplettieren und die Rüstung. Also ich hoffe, wir bekommen drei. Dann haben wir nämlich die nächste Wunschliste komplett abgearbeitet. Und es fehlt dann nur noch ein bisschen weniger wieder. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen witzig formuliert gewesen, ein bisschen weniger fehlt dann noch, aber es ist halt letzten Endes genau so. Ich möchte mir das Feuerwerk gerne anschauen, aber auch sichere Entfernung, wenn das okay ist. Ich meine, ich habe Zeit, ne? Ich komme jetzt gar nicht so Liste und ich kann jetzt woher. Und ich kann euch das mal erleben. die ersten schaden die ersten 200 schaden vielleicht sogar schon man weiß nicht genau ok er hat auch den ersten Schaden gemacht ok er hat auch den ersten Schaden gemacht wir machen weiter 16 5 mal wieder ein bisschen was und wir werden von unserem Schweif Entschuldigung ich weiß gar nicht wie gesagt mich würde echt immer interessieren wie viel leben so wie die insgesamt haben weil da steht ja irgendwie nirgends vor auch in der ökologischen Forschung eigentlich nicht also wenn es da steht will es dann nur müsste ich mal gucken ob das irgendwo steht in der ökologischen Forschung vielleicht auch halt wird sich ja anbieten ich denke mal das eine oder andere Leben hat der ja schon na ach ja, schön oh wir haben schon was gebrochen von ihm das ist sehr gut aber es gibt kein irgendein Panzer von ihm was war das denn ja wenn er das jetzt macht finde ich das nicht schlimm weil ja gerade in diesem ich haue meine Verteidigung hochmodus wollte ich gerade sagen aber in dem Moment kommt er raus ja ein bisschen müssen wir noch kämpfen das ist mir schon klar aber ähm bop 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 aber drei Rückenpanzer sollten doch drin sein oder Leute jetzt kommt das ja doppel R so machen wir es halt so so darf ich jetzt bitte das Gingift trinken ach ja weinen Schuhen ach ja weinen Schuhen hm das ist das ist jetzt ich du 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 Oh mein Gott, ja. Ich bekomme zwar keinen Schein, aber bewegen darf ich mich auch nicht. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Ja, du tust mir auch ein bisschen leid. Ich gebe es ja zu, er tut mir leid. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Ich weiß, das ist jetzt nicht für das starke Argument, aber... Oh. 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 Oh yeah. Oh. 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 Ich wollte sagen, jetzt muss ich aber kurz einmal mein Überleben hier sicherstellen. Das wäre ja sonst jetzt hier ein bisschen doof geworden, wenn das nicht geklappt hätte. So, jetzt bin ich gespannt. Wir brauchen ja drei Rückenpanzer und die Forschung. Die Forschung sollten wir auf jeden Fall haben. Die Frage ist, ob wir die Rückenpanzer bekommen, ja? Mal gucken. Bitte, 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 bitte. Drei Rückenpanzer. Eins, zwei, drei, vier, fünf! Fünf Rückenpanzer sogar. So viel brauchte ich doch gar nicht. Und die Forschungstufe haben wir auch erreicht. Tipptopp. Genau das, was wir weiter erreichen wollten. Also beziehungsweise jetzt für die Wunschliste erreichen wollten, ne? Ähm, einmal hier. Ähm. Ja, ich habe neue Erkenntnisse, so würdest du mir sagen, ja? Ähm, Monsterlexikon. Große Monster, bitte. Perfekt. Einmal auf volle Möhre gebracht, das Ding. Den haben wir auch auf volle Möhre, das ist auch gut. Ähm. Ja, bei dem hier wird es noch schnell, ja, das geht eigentlich alles, ne? Ja, der Kirin, der macht mir noch ein bisschen Sorgen, weil ich auf den echt keinen Bock habe. Ähm. Ähm. Aber gut, okay, das ist ein anderes Thema. Ähm. Jetzt brauche ich die Liste aber, da wir sonst nicht, ähm, unsere nächste Wunschliste zusammenstellen können, ne? Ähm. Erstmal möchte ich Ausrüstung schmieden, bitte. Nämlich eine Rüstung. Ähm. Ähm. Und zwar ist diese Rüstung platziert, äh, über dem Ligiana-Set. Ist nicht so gut die Rüstung, glaube ich, ne? Aber ist egal. Wir wollen sie ja trotzdem haben. Und das wird auch gespeichert über dem Ligiana-Set übrigens, ähm. Ob wir damit dann recht spielen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wechseln wir eher zurück auf eine andere Rüstung. Ach, wohl, dann bleiben wir erstmal bei der. So wie wir das traditionellerweise machen. Und dann passt das schon ganz gut. Ja, wir behalten das erstmal an, dann haben wir wenigstens einmal einen Monster darin gejagt, ob wir damit das zu Ende jagen. Das können wir dann ja immer noch entscheiden. Wir benutzen das einfach erstmal. Und dann passt das schon. Ähm. Braucht Julian davon auch was? Von diesem Dude? Ne, das hat er schon. Das ist gut. Ähm. Ähm. Naja, diese komischen Tickets, mit denen kann ich ja jetzt grad nichts anfangen. Ähm. Mit den Skizzen lang muss ich mal gucken, wo wir die herbekommen. Ähm. Aber das wird schon passen. Das ist ein bisschen nachteilig. Ich muss mir erst raten, welche ich verbessern möchte. Die Jura-Beile eins möchte ich verbessern. Ja. Das sind die Jura-Beile zwei. Ich muss mir auch mal erst alle finden, ne. Das ist es auch nicht. Ah, hier haben wir's. Die sollen einmal zu die, zu den Lava-Zyklonen verbessert werden, ja. Und das geht noch nicht weiter. Das ist gut. Und die dunkle Reißer sollen bitte auch einmal, ähm, noch verbessert werden. Äh, da weiß ich aber auch nicht wo die sind. Doppel-Zerstörer ist es nicht. Ähm. Ähm. Bapp, 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 bapp. Basil hier, Basil dort. Verteidiger, Anja, Naf, Stark, Beile, Jura, Beile, Verteidiger. Aber wo sind denn die? Da. Denn die können wir jetzt auch verbessern. Ähm. Und so weit sieht das noch ganz, ähm, gut aus, würde ich sagen, ja. Ja, würde ich. Gut. Ähm. Ausrüstung ändern. Jäger. Äh. Setzt, bitte. Und ich möchte es umbenennen in Lava, äh, ja, so wie man es halt schreibt, ne. Ähm, und ich möchte es auch direkt bewegen über das Legiana-Set. Denn genau dort gehört das hin. Ähm. Hat eine Abwehr von 210 nur. 299, Verteidigung. Das Base hat 301, das ist jetzt nicht so der krasse Untertürschied. Das hier hat eine gute. Naja, ist egal, nein, wir bleiben jetzt erstmal dabei, hab ich ja gesagt. So, neue Wunschliste. Wird eine Rüstung erfolgen. Äh, denn als nächstes, äh, ich hab ein bisschen Respekt davor, was jetzt auf dem Plan steht. Aber, als nächstes stehst du auf der Reihe, auf dem Plan. Ähm, ja, aber das machen wir dann, wenn's soweit ist. Für Julian brauchen wir natürlich dann die Rüstung entsprechend auch. Das kann ich aber leider nicht mit auf die Wunschliste packen. Da müssen wir gucken. An der Stelle speichern wir für heute ab. Ähm, und an, äh, der Stelle verlassen wir das Spiel auch. Ähm, denn wir sind heute durch mit Monster Hunter. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020